Hallo Yugi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yugi-O-Spotlight. Ich bin Dirk und ich bin Tim und heute blicken wir wieder in die Zukunft. Wir schauen uns die nächsten Releases von Quartal 2 an. Viel Spaß! Viel Spaß! Wie üblich an dieser Stelle beginnen wir natürlich mit der Auflösung unserer Gewinnspiele und anfangen tun wir mit dem Spotlight Nr. 13 in unserem Unboxing zur Arena of Lost Souls. Und da darfst du dich freuen als Gewinner Darking Foe. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Dann haben wir noch unsere Facebook-Aktion zum neuen Set Duel Power. Da dürfen sich freuen als Gewinner Johanna Thiel und Serkan Tickinkos. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Und dann haben wir noch den Gewinner von unserem zweiten Duell, Metaphysisch gegen Rosa Lamanda. Und da haben wir als Gewinner gezogen Nikolas Niklas. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Aber auch diese Woche haben wir wieder einen Preis für euch in der Verlosung. Wir haben wieder den Altermiga-Tipser-Bag. Und dort drin packen wir dieses Mal zwei Päckchen Supreme UX-Sleeve. Und außerdem noch ein Sidewinder-Deck-Case. Sehr cool! Genau, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr drei einfache Dinge tun. Nämlich, ihr müsst diesen Kanal abonnieren, ihr müsst ein Like auf dieses Video da lassen und unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Und dann seid ihr auch schon direkt dabei. Und wir wünschen natürlich jedem viel Glück! Ja! Gut, weiter geht es mit dem letzten Spotlight. Da haben wir uns ja das Set des Jahres, wie viele ja schon gesagt haben, beschäftigt. Nämlich dem neuen Set Dual Power. Und haben da ja mal zwei Boxen von aufgemacht. Und gar nicht mal so schlecht gezogen, wie ich finde. Nee, war sehr gut. Ähnlich war auch die Meinung von euch. Ihr habt das Dual Power Set wirklich sehr gut gefunden. Auch wenn man wieder sagen muss, dass einige wieder die Short Prints aus dem Set, natürlich einige der beliebten Karten, die natürlich gesucht sind und ein bisschen seltener vertreten sind. Da gab es auch wieder hitzige Diskussionen darüber, warum wieder ja Short Prints drin sind. Es hieß ja, es sollen ja keine Short Prints drin sein. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir das Thema nochmal Revue passieren lassen, es gibt in jedem regulären Bluster-Set und natürlich auch in Dual Powers immer wieder Karten, die natürlich ein bisschen beliebter und seltener zu kriegen sind. Richtig! Von daher, wir werden es nicht ändern können, das wird immer so sein. Nichtsdestotrotz bietet das Set jede Menge cooler Sachen. Vor allem aber dieses breite Spektrum an Themendecks, die hat unterstützt werden. Wir haben auch einzelne Support Karten, für beispielsweise Sonderdrachen haben wir. Wir haben ein neues Aroma-Link-Monster. Das Set ist krass gewesen, wenn ich ganz ehrlich. Wir haben so viele coole Sachen drin. Wer das Opening noch nicht gesehen hat, holt das auf jeden Fall nochmal nach. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, und auch das Set selber lohnt es sich nochmal zuzulegen. Dann kommen wir zu euren anderen Kommentaren. Du machst den Anfang, Tim. Der erste Kommentar ist von SoftEisVanille. Ist Dual Power besser als die Kaiba-Box aus dem letzten Jahr? Ich bin ganz ehrlich, ja. Weil, ähm, doch, weil die Kaiba-Box hat so ein bisschen Kaiba immer noch ein bisschen reprintet. Also so ein bisschen. Dieses Jahr aber sind wir, sind die auf keine ganz genauen Protagonisten eingegangen. Ich meine, klar, man hatte ein bisschen dunkler Magier-Stuff drin, dann auch mal ein bisschen was für Kaliberlade oder ähnliches. Aber dennoch gab es auch sowohl krasse Reprints, als auch wirklich sehr gute neue Karten, wo viele auch zum Beispiel drauf gewartet haben. Wie zum Beispiel Cyberdrag von Nester, wo viele drauf gewartet haben und ich persönlich auch nicht gedacht hatte, dass sie so schnell jetzt schon bei uns ankommt. Weil sie kam auch erst letztes Jahr irgendwann als V-Jump raus. Und deswegen, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Set. Muss man wirklich sagen. Das ist wirklich Hammer. Kann ich nur unterstützen. Bei der Legendary Collection Kaiba war ja der Fokus ja auch deutlich stärker, halt auch bei dem Blauäugig-Themendeck zu sehen. Das muss man ja ganz klar sagen. Es waren halt viele spezielle Karten für das Blauäugig-Themendeck drin. Aber auch so gab es ein paar gute Reprints. Das kann man nicht anders sagen. Aber bei Dual Power ist einfach das Maß an verdammt guten Karten für jedermann einfach deutlich höher. Von daher ist da die Dual Power Edition deutlich besser als die Kaiba Box. Dann geht es weiter mit einem Kommentar von Sianelli. Er schreibt, wäre Hammer, wenn ihr mehr solche Live-Duelle, wie wir auch schon mit Metaphysisch und Rosalamander gemacht haben, machen könntet. Und zwar mit vielen Decks, die euch so zur Verfügung stehen. All das mit dem Hintergedanken, dass man auch mehr starke Fundex kennenlernt. Ich habe zum Beispiel metaphysisch durch eure Duelle zum ersten Mal gesehen und finde den Archetypen richtig gut. Ja gut, diese Fundex sieht man immer eher ein bisschen mehr bei dir, bin ich ganz ehrlich, weil es ist nicht meins. Also ich weiß nicht, ich kann diese Fundex, ich bin nicht so der Typ dafür irgendwie. Ich finde die nicht so aufregend zu spielen manchmal, weil mir muss das Combo geben und sowas. Ich meine, okay, ich habe bei den Duell-Videos, obwohl ich auch vorher schon, das will ich jetzt nochmal erwähnen, gesagt, habe ich das Deck vorher noch nie gespielt und dann auch wirklich immer oft gelesen, Tim, du hast die und die Combo nicht gut hingekriegt. Ich weiß, aber ich habe das Deck auch vorher noch nie gespielt gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich damit zwar ein bisschen auseinandergesetzt, aber... Tja, das kann man auch nicht ausreichen. Nein. Ist aber auch nicht schlimm, hat den Duellen letzten Endes ja auch keinen großartigen Abbruch geliefert, denn letzten Endes sind ja da gute Duelle dabei rausgekommen. Vor allem das erste Duell war ja wirklich mega extrem. Das war auch so lange. Ja, es war wirklich cool. Und was das Kennenlernen von neuen Themendecks angeht, da werden wir auf jeden Fall künftig mit den nächsten Duell-Videos, und da werden wir dieses Jahr auch wieder reichlich von nachlegen, auch euch ein paar neue oder andere interessante Themendecks mal zeigen, die auch für den kleinen Geldbeutel super geeignet sind, einfach um euch da noch ein bisschen coole Sachen zu zeigen, die man einfach mal so ein bisschen gerne mal übersieht, wenn man sich zu sehr einfach auf den Turnierbereich immer fokussiert. Von daher, da könnt ihr mich definitiv freuen. Wir werden euch da mit neuen, interessanten Decks auf Europa versorgen. Ja. Gut, der dritte Kommentar ist von VDH. Ich habe erst wieder neu mit Yu-Gi-Oh! angefangen. Das Problem ist, ich habe nur ein bis zwei Kollegen, die mal zum Duellieren am Start wären. Ich studiere momentan in Emden, Niedersachsen und wollte fragen, ob ihr vielleicht sagen könnt, wo man ganz gut nach Spielern suchen kann, oder ob es in vielleicht sogar einem Treff oder ähnliches in Nah oder eventuell auch weitere Entfernung gibt. Grüße. Es gibt immer wieder Regionals, die in komplett ganz Deutschland beispielsweise, aber auch in der Nähe von Deutschland, ja, angezeigt werden. Auf der Konami-Seite, ich würde einfach mal eingeben, Regional 2019 Yu-Gi-Oh! Da gibt es dann eine gesamte Liste, wo wann draufsteht, das ist meistens am Samstag oder Sonntag, der Ort und, ja, die Uhrzeit natürlich. Die ist natürlich auch wichtig und da findest du ganz, ganz viele Yu-Gi-Oh! Spieler, da kannst du dich eigentlich austoben und, ja. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit, über die offizielle Yu-Gi-Oh! Webseite, Yu-Gi-Oh!-Kart.com, ein bisschen zu informieren. Dort gibt es auch eine Übersicht über sämtliche Händler, die diese offiziellen Tournament Stores sind, zu denen unser Laden, der Trader ja auch dazu gehört. Das sind alles die Läden, die ja regelmäßig Turniere veranstalten. Sei es kleine Local Turniere, auch die Regionals, die du angesprochen hast. Schaut da einfach gerne nochmal rein und verschafft dir nochmal einen Überblick über die Läden, die da in der Nähe sind. Auch für diejenigen, die sich jetzt noch fragen, wo habe ich eigentlich einen Laden in meiner Nähe, schaut einfach mal rein. Es gibt auf jeden Fall eine gute Übersicht über die Läden, die ich regelmäßig Turniere auch im kleineren Rahmen anbieten. Richtig. Gut, dann geht es weiter zu unserem Hauptthema des Tages. Wir gucken wieder ein bisschen in die nächsten Wochen und Monate rein und schauen mal, was wir für neue, coole Produkte erwarten dürfen. Denn Dual Power war natürlich das letzte Set, was wir dieses Jahr so gesehen bekommen. Wir bekommen noch eine ganze Menge anderer cooler Sachen. Und mal gucken, was für euch so dabei ist und ob ihr auch vielleicht schon jetzt sagt, okay, das Set interessiert mich besonders und da will ich mal reingucken. Den Anfang macht am 18. April das neue Structure Deck Order of Dispail Caster. Ein Structure Deck, das den Fokus auf Hexer und zwar auf das Endymion-Thema legt, was sehr viel mit Spielmarken arbeitet. Bedeutet, wir bekommen auch, also es kann gut sein, es ist halt ein bisschen schwierig zu sagen, ob es genauso gut wie Großalammander halt wird. Also genau so ein Structure Deck halt so einen Hype bekommt, wie Großalammander nicht. Ich meine, viele wollen immer ein Structure Deck spielen, das hat man bei Dino gesehen, das hat man bei anderen Themen-Decks auch immer so gesehen. Aber es ist ein bisschen schwierig. Es ist halt ein Panel-Deck, man kann ein Panel schnell outen und es ist halt mal wieder was komplett Neues. Ich finde es aber auch interessant, dass man mal das alte Endymion-Thema mit den ganzen Zauberzellen machen, die das Deck ja auch damals benutzt, die man wieder aufleben lässt. Genau, da sind ja auch zum Beispiel die Mystischen Ungeheuer sehr gut, auch Sixthory Force. Genau. Außerdem bekommen wir noch ein Reprint der ganzen Magiebuchkarten oder viele der wichtigen Magiebuchkarten, was auch für viele nicht ganz uninteressant sein dürfte, denn gerade so die ganzen Magiebuchkarten dienen ja auch ganz gut als kleine Engine, um nochmal ein bisschen Karten ziehen zu dürfen. Von daher freue ich da nochmal auf einen Reprint dieser Karten. Gut. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Mai, das ist Dark Neo Storm, wo wir Cyboros, Großalammander, Altergeist, Dino-Wrestler, Angriffsmodus und Schicksals-Hellen wieder haben. Unter anderem. Es gibt ja auch eine Karte in dem Set, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, das ist nämlich, der schon geteasert ist, der Cherubini. Das ist das Blinkmonster, der brennend Abgrundmonster. Wo ich jetzt schon weiß, dass ein Monat später ist er die DM, wo ich jetzt schon weiß, womit viele dann rumrennen werden. Weil das brennende Abgrundthema ist ein sehr, sehr bediebtes Deck. Das Problem ist allerdings an Cherubini, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass er das Deck so konstant macht, dass dann wirklich fast alle auf der DM mit den Cherubini rumrennen. Nun gut, aber es ist ja nicht so, dass man sich nicht darauf vorbereiten könnte. Nein, nein. Von daher warten wir mal ab. Also das brennende Abgrundthema, muss man definitiv sagen, hat sich über die Jahre hinweg immer sehr gut gehalten. Man hat es immer mal wieder gesehen. Es ist immer noch ein Meter weg. Und es gibt schon, wie lange jetzt schon mittlerweile, das ist schon viele, viele Jahre. Viele, viele Jahre, das ist echt krass. Von daher ein interessantes Set, aber ich finde es auch interessant, dass wir das Angriffsmodus-Thema wieder mal aufgeben lassen. Das finde ich auch mal gut. Ja, bin ich mal gespannt. Es hat sich nie wirklich durchsetzen können damals, weil man erst für ein passendes Synchromonster beschwören musste und dann mit der Fallenkarte Angriffsmodus aktivieren, das nächstes höhere Angriffsmodus-Monster beschwören musste. Es hat sich nicht ganz durchgesetzt. Mal gucken, ob der neue Support da ein wenig wieder Abhilfe schaffen kann. Auch der Support für Großer, Mann und Alltag, es wird sehr interessant. Definitiv. Dann geht es weiter am 30. Mai mit dem nächsten Speed-Duell-Set und zwar Attack from the Deep, was, weil man den Namen auch schon ein bisschen gut deuten kann, den Schwerpunkt auf das Wasser-Themendeckel richten wird. Konkret kriegen wir da auch neue Fähigkeitskarten von einem neuen Charakter, nämlich von Marco Tsunami. Wir werden drei neue Skill-Karten bekommen und auch das passende Monster-Line-Up dafür, aber auch Kyber und Joey bekommen eine neue Skill-Karte in diesem Set. Von daher, wer dem Speed-Duell-Format ein bisschen mehr zugewandt ist, wird hiermit sicherlich wieder ein paar Leckerbissen für sich abgreifen können. Am 13. Juni bekommen wir die Dark Neo Storm Special Edition. Die Promos unter anderem wurden auch schon bekannt gegeben. Das ist sowohl der Shooting-Riser-Dragon und die Magical Rise Fusion. Die Magical Rise Fusion ist die Karte, wo wir jetzt den Quinten-Magier aus Double Power, also es ist die entsprechende Fusionskarte eigentlich. Sie vereinfacht es so ein bisschen. Und der Shooting-Riser-Dragon ist auch eine Jump-Karte. Richtig. Und die ist ganz cool. Also ich persönlich finde sie halt einfach schon vom Artworken verdammt cool. Ja, ist wieder sehr stark an das Synchro-Drachenthema angelehnt, also das Sternstaub-Drachenthema angelehnt, in diese ganze Evolutionsreihe. Und da dem Themendeck nochmal ein bisschen Support. Ja. Dann geht es weiter am 11. Juli mit einem wahrscheinlich nicht ganz uninteressanten Set, nämlich dem nächsten Battle of Legends Heroes Revenge. Und da darfst du dich auch auf Helden freuen. Das wird so cool. Da kommen endlich Helden und da kommen glaube ich sogar wirklich so starke Helden, dass ich nach diesem Set Helden spielen werde. Das wird echt gut. Es dürfte interessant werden, ja. Vor allem auch, weil nicht nur Elementarhelden ihren Auftritt haben werden, sondern Schicksalshelden werden schwerpunktmäßig dort ihren Einzug finden. Und Visionshelden kommen auch ran. Und Visionshelden genauso. Es gibt ja noch mehr Heldengruppierungen. Aber auch zwei beliebte oder zwei sehr begehrte Reprints werden uns mit diesem Set begleiten, nämlich dem Reprint von Kaliber Schwertdrache und dem Himmelsjäger Mobilisierungangriff, der Sucherkarte der Himmelsjägerkarten. Das wird sehr lustig. Ja, genau. Und eine Fehlerkarte, die im Dual Power nicht drin war, nämlich der Necros Zyklus kommt auch in diesem Set mit raus. Das heißt, wir haben dann wieder den kompletten Satz an Necroskarten wieder sehr gut greifbar. Von daher, wenn Necrosk noch mal spielen möchte, hat jetzt die Chance, sich noch mal die restlichen Karten zuzulegen. Gut. Dann haben wir am 25.07. Rising Rampage. Das ist ein Set, wo sowohl wie der Kaliber, also dieses Raketenteemendeck, wieder Support bekommt. Ob es jetzt dann diesmal vielleicht reicht, dass das ein bisschen sich entpuppt. Man weiß es nicht, weil sie bekommen ja mittlerweile wirklich recht vielen Support. Das Reptilianisch Deck, das ist auch recht älter, außer 5Ds. Ähm, Serie, ähm, ja, ist richtig. Ne, aus der Sechsel-Ära, Schwerpunktmäßig. Also die Karten gab es schon deutlich länger. Die gab es auch schon, glaube ich, sogar schon schon die X-Zeiten. Gorgonisch gab es da. Stimmt, Gorgonisch gab es da. Gorgonisch gab es da. Gorgonisch gab es halt auch noch, also ein Reptilien-Themendeck. Aber auch andere Karten wie die Schicksalsdame, was mich persönlich sehr freut. Die werden sogar richtig, richtig gut. Also ich habe da, da gab es auch schon ein, zwei Karten schon geteasert. Die werden echt, die können echt gut werden. Und die Tianwei-Drachen, die sind komplett neu. Ich habe die gesehen, ich finde die cool. Ich finde sie interessant. Die sind immer so ein bisschen so auf Elemente auch so ein bisschen gerichtet. Genau, das ist halt ein Drachen-Themendeck, was auch Link-Monster unterstützt. Und was halt auch mit normalen Monstern halt ein bisschen arbeitet. Das dürfte ein interessantes Themendeck werden. Wir warten noch mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Und Yosengu. Ja. Ein Anti-Themendeck vor dem Herrn bekommt ein wenig Unterstützung und gar nicht mal wirklich schlecht. Also von daher, da werden sich auch einige mit Sicherheit drüber freuen, um den Gegner so ein bisschen richtig zu ärgern. Also Dirk. Es ist so. Ja, das könnte was für mich sein. Ja. Okay. Also wir haben viele, viele interessante Sachen und das ist noch mit Sicherheit nicht alles. Denn nicht alle Produkte, die wir in den nächsten zwei, drei Monaten bekommen werden, sind mit Sicherheit schon geteasert oder veröffentlicht worden. Da kommen auch noch ein paar andere Sachen auch im Sommer noch dazu. Zum anderen halt neue Tinks. Richtig. Also von daher, wir können uns auf die nächsten Wochen definitiv freuen. Auf viele interessante Produkte, die auch mit Sicherheit ein bisschen Bewegung auch bei uns verursachen werden. Zumindest was die Decklandschaft angeht. Ja, ich hoffe, ihr habt auch schon ein paar kleine Leckerbissen für euch gefunden, die ihr euch mal ein bisschen näher angucken wollt. Was das ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind neugierig und möchten gerne wissen, worauf ihr euch schon freut. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.